Und damit zum nächsten Gastwetterfrosch. Er ist eine Vaterfigur für viele Welser Jugendliche. Er ist ein Lokalmatador. Wir haben ihn zum Frosch geküsst. Sitzt der Frosch auf seiner Leiter, so regnet es bald oder es bleibt heiter. Liegt er jedoch am Bratenrost, spürt er sicher keinen Frost. Doch rutscht er aus auf glattem Eise. Steigen Wels die Schlittschuhpreise. Er seufzt er sich mit Bier und Wein. Wird's ein harter Winter sein? Qua, qua, qua.